Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembausteinbaus. Ich freue mich sehr euch wieder einmal auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen und ich habe heute für euch ein Lego Avatar Set mitgebracht und zwar die Lego 75572 und dabei handelt es sich um Jake und Nate Heris First Benji Flight also eben ihren ersten Flug mit den Mountain Benjis. Passend dazu haben wir natürlich die Jake Sully und Nate Heris Sully Minifigur dabei und wir bauen eben zwei Mountain Benjis mit ein wenig Umgebung. Dieses Set hat eigentlich eine stattliche UVP von 55 Euro was für knapp 570 Teile schon eine ganz schöne Ansage ist aber meines Erachtens sagt es auch schon viel aus wenn ich dieses Set neu für 30 Euro bekommen habe. und dazu noch bei einem Set mit der Avatar Lizenz was ja mit Avatar 2 wirklich momentan einen sehr gehypten Film in den Kinos hat. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt wie dieses Set hier abschneidet und ob man da über 55 Euro reden könnte oder ob die 30 Euro, wo aber leider der Händler am Ende Verlust macht doch eher der realistischere Preis sind. Und auf der Seite sehen wir nochmal eine 1 zu 1 Abbildung von den hier neuen und eben auch Avatar exklusiven Minifiguren auf die bin ich sehr gespannt. Und auf der Rückseite sehen wir, dass wir die zwei Benjis auf dieser Umgebung hier festmachen können nochmal eine Spielszene in Anführungszeichen und hier werden Maße gezeigt ich gehe mal davon aus, dabei handelt es sich um die Maße wirklich nur eines Benjis und zwar haben wir da eine Länge von 27,5 Zentimeter und eine Breite bzw. Flügelspannweite von 37 Zentimeter Also das ist nicht unbedingt klein aber wir haben natürlich sehr wenige Bricks drin weil die Flügel ja nicht steingebaut sein werden. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und wir schauen uns zusammen die Teiltüten und die Anleitung an. Und oje, in der Packung wird es ziemlich luftig also die ist, wenn wir ganz lieb sind, zur Hälfte gefüllt. Und hier haben wir auch schon die Teiltüten Es scheinen insgesamt drei Bauabschnitte zu sein Über die Teilequalität reden wir wie immer während des Baus Was aber sofort auffällt es ist wirklich sehr wenig an Stein für 55 Euro Und dazu haben wir noch diese Pappschachtel in die Lego neuerdings die Anleitungen packt Das finde ich an und für sich schön dass hier eben keine Plastitüten mehr dafür verwendet werden Und hier finden sich auch noch die Elemente die am Ende die Größe ausmachen Und zwar eben die Flügel von den Benjis Das ist so eine doch recht billig wirkende Folie Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann verbauen lässt und ob es dann hoffentlich einen besseren Eindruck macht Und dann haben wir hier die drei Anleitungen dass eben die Kinder das auch einzeln bauen können Wir haben zweimal die Benjis eben in den verschiedenen Farbtönen und hier noch die Umgebung Die Anleitungen sind in dem neuen Lego Standard Design Das finde ich hier wirklich schade Gerade bei so einem beeindruckenden Film der viel über seine Umgebung über das Mystische und eben einfach seine beeindruckend große Welt kommt hätte man die Anleitung schon ein bisschen schöner gestalten können Ansonsten sind sie alle drei Klammer gebunden Wenigstens die Innenseiten sind noch mal ein bisschen ausgestaltet Das ist schön Wir haben immer mal zwischendrin ein paar kleine Filmszenen Und hier habe ich nochmal für euch die Teileliste Wenn euch das Ganze interessieren sollte könnt ihr euch das Video gerne an der Stelle mal anhalten Hier hat Lego das eine Franchise gefunden in dem sie jede Farbseuche verbauen können die sie vorhaben und es passt halt einfach dazu Weil ich habe ja nichts gegen bunte Farben an und für sich sie sollten einfach passend sein Ich fange jetzt auf jeden Fall schon mal an zu bauen mit dem ersten Benji und wir werden uns damit gleich nach dem ersten Barabschnitt wiedersehen Und nach dem ersten Barabschnitt ist auch schon der erste Benji fertig Der ist natürlich von der Farbgebung nicht 1 zu 1 wie das Filmvorbild Dafür gibt es zwei Gründe die ich auch gut nachvollziehen kann Denn einmal sind hier die Farben natürlich ein bisschen verniedlicht wie auch das ganze Set damit es sich für Lego und auch für Kinder eignet weil die Kreaturen aus dem Film können natürlich ein Kind erschrecken Und zum anderen so ehrlich muss man sein ist die Farbgebung von so einer Benji einfach mit Lego beziehungsweise auch anderen Klemmbausteinen einfach nicht 1 zu 1 umzusetzen Das ist erstmal gar kein Kritikpunkt Was aber ein Kritikpunkt ist Was macht dann hier vorn ein graues Teil Muss wirklich in jedem Set irgendwo eine Farbe reingekracht werden die dort nicht reingehört und vor allen Dingen noch an so einer offensichtlichen Stelle das ärgert mich wirklich Genauso wie ich es nicht verstehe dass auf jedem Plastiflügel einzeln dieser Lego Group Schriftzug draufstehen muss Natürlich ist es wichtig seine Markenrechte zu schützen Aber bei den Legosteinen steht auf jeder Noppe Lego drauf Muss man dann die Optik von den Flügeln noch extra zerstören indem man diesen Schriftzug drauf klatscht weil auch wenn die aus Folie gemacht sind finde ich sehen sie gut aus und die Benji sieht auch mit den Flügeln gut aus Aber dort überall seinen Schriftzug drauf zu klatschen halte ich für überzogen Sehr schön finde ich ja den eigenen Kopfmold Der ist auch bedruckt Finde ich passt ziemlich gut zu so einer Benji und wir können auch vorn das Maul öffnen und die Zähne zeigen Finde ich sehr schön gelungen Fühlt sich auch wertig an und hat so einen Auf- und Zuschnappmechanismus Wir können auf jeden Fall den Kopf komplett frei bewegen An dem Kopf haben wir auch die Fühler dran mit dem sich auch dann unsere Hauptfiguren mit der Benji verbinden können und hier hinten haben wir zwei Noppen damit man die Figur auch die Benji wirklich reiten lassen kann Apropos Figuren über die reden wir natürlich auch noch aber das am besten dann zusammen zum späteren Zeitpunkt des Videos Ebenfalls kann man die Flügel nach oben und nach unten verstellen Man kann damit schön einen Flügelschlag simulieren irgendwie seitlich verdrehen lassen sie sich nicht Dasselbe gilt für die hinteren Flügel die man nach oben und unten schlagen lassen kann und auch den Schwanz kann man relativ frei einstellen und damit dann eine schöne Pose finden oder eben wirklich einen Flügelschlag beim Flug simulieren Ein wenig erschreckend finde ich es aber wie wenig an Brickbild bei dieser Benji hier übrig bleibt wenn wir mal die Plastifolien uns wegdenken Ich habe euch davon extra mal ein Bild gemacht also das ist schon wirklich wenig Lego Action die in dieser Benji hier steckt Ich finde das ist zum Auftakt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aber trotzdem bin ich gespannt wie das Ganze hier weitergeht und dementsprechend baue ich mal weiter und wir sehen uns nach dem zweiten Bauabschnitt wieder Und da sehen wir uns auch schon wieder nach dem zweiten Bauabschnitt und hier haben wir die Halleluja-Berge gebaut Zumindest wenn man das so nennen kann Ich finde wir haben hier wirklich schöne Teile dabei Transblue-Teile die den Wasserfall simulieren finde ich sehr schön Wir haben schöne graue Teile dabei die wir für die Felsen genutzt haben und die man auch sehr gut in Mox oder anderen Sachen noch verwenden könnte Das Ganze ist wirklich liebevoll verziert und man kann es auch von jeder Seite anschauen ohne dass es hässlich wird denn es ist wirklich fertig gebaut und es wurde hier keine Stelle irgendwie offen gelassen Ebenfalls haben wir diese Steinchen hier Das sind Glow-in-the-Dark-Steine Aber ansonsten ist das doch relativ unspektakulär Ob das Ganze hier die Halleluja-Berge von Pandora wirklich gut darstellt darüber lässt sich streiten Es ist ein bisschen mickrig geworden Natürlich ist es einfach ein schön verzierter Stand Aber ich finde hier hätte man für das Geld noch ein bisschen mehr aus dem Potenzial machen können dass dieses Motiv der Halleluja-Berge wirklich bietet Auch wenn hier wieder gilt Man kann natürlich mit Lego nicht diese imposanten fliegenden Felsen nachbauen Ich würde auf jeden Fall sagen wir sehen uns dann gleich nach dem dritten Bauabschnitt wieder Und damit sind wir auch schon fertig mit dem dritten Bauabschnitt und damit mit dem zweiten Benji Und hier ist es wirklich genau derselbe Bau wie bei dem ersten Benji Es ist genau dasselbe nur dass ein paar andere Farben dabei sind Also hier gibt es nichts Spannendes mehr zu berichten Die Funktionen sind das gleiche Der Bau ist 1 zu 1 das gleiche Der Kopfmold ist das gleiche Und leider auch dieses graue Teil vorne bleibt gleich Tut mir leid Aber über diese graue Kugelgelenkaufnahme müssen wir nochmal sprechen Denn ja es gibt dieses Teil von Lego nicht in den Farben die wir für die Benjis gebraucht hätten Aber und das ist der wichtige Punkt Wir haben in dieser Avatar-Reihe einen eigenen Figurenmold Über die Figuren reden wir wie gesagt gleich noch Und einen eigenen Kopfmold bekommen Und dann sagt Lego Es ist uns komplett egal Dass es hinter dem Kopf nicht gut aussieht Weil wir dort einfach grau reinklatschen Weil es uns zu teuer wäre Die schon bestehende Form Einfach mit der richtigen Farbe zu füllen Das finde ich leider einfach billig Und es passt eben nicht zu diesem Premiumanspruch Den ja Lego eigentlich für sich immer beanspruchen möchte Ich würde mich natürlich bei solchen Sachen auch darüber aufregen Wenn es ein Billighersteller aus China wäre Aber bei Lego ist es eine andere Messlatte Auch bei den Preisen die sie nehmen Und da stört mich sowas eben Und das finde ich ziemlich schade Dass wir uns über solche Sachen unterhalten müssen Denn egal ob Lego oder ein anderer Hersteller Ich freue mich über gute Klemmbaustein-Sets Und dieses Set ist wirklich wirklich putzig Und hat Potenzial Was aber durch solche kleinen Sachen wieder getrübt wird Aber nun gut Bevor wir das Set uns in der ganzen Pracht im Fazit anschauen Reden wir nochmal über die Figuren Und die Figuren gefallen mir richtig gut Wie gesagt das ist ein eigener Figuren-Mold Nur für die Avatar-Reihe Und gerade die langen Beine Passen natürlich sehr gut dazu Die Köpfe sind ein Stückchen länger Als wir das von anderen Lego-Figuren gewohnt sind Und wir haben Ohren dabei Ebenfalls sind die Prints aufwendig gestaltet Wir haben Bein-Prints, Brust-Prints Natürlich den Kopf bedruckt Und auch den Rücken bedruckt Wendegesichter existieren bei diesen Figuren nicht Weil die ja die Ohren haben Und das dann nicht passen würde Die Figuren sind nochmal mit den Sperren hier ausgestattet Und wie gesagt das gefällt mir ziemlich ziemlich gut Das sind wirklich zwei sehr sehr schöne Figuren Und jetzt seht ihr das Set nochmal in voller Pracht Ich habe die Figuren auch mal auf die zwei Banshees aufgesetzt Und ich finde es stellt die Szene wirklich richtig richtig gut dar Als eben im ersten Avatar-Film Jack Sully dort seinen ersten Flug hatte Und sich das erste Mal mit seinem Benji connected hatte Das war natürlich eine epische Szene Und für die Verhältnisse Die man eben mit Lego als Kinderspielzeug darstellen kann Ist das richtig richtig gut getroffen Und ich kann aus der Warte das Set auf jeden Fall weiterempfehlen Mit 55 Euro ist das Set aber übertrieben hoch eingepreist Den Preis kann man nicht durch die Plastikflügel erklären Und auch nicht durch die 500 noch was Teile Das ist nicht mit Produktionskosten oder auch den Lizenzgebühren zu rechtfertigen Und ich bin keinesfalls jemand der über Lego herzieht Weil es vielleicht gerade im Trend liegt Lego schlecht zu finden oder ähnliches Mir ist es völlig egal von welchem Hersteller ein Klemmbaustein Set kommt Solange es gut ist und preislich nachvollziehbar Ich bezahle auch gerne mehr für so ein Set Wenn die Qualität dann stimmt Und die Qualität stimmt hier auf jeden Fall steinmäßig Und auch dadurch dass das Set echt gut durchdacht ist Wir bauen zweimal genau denselben Benji Damit es nicht langweilig wird Haben wir aber dann drei kleine Anleitungen dabei Dass wir den Bau aufteilen können Und dann kann so ein Lego Set zu einem richtig coolen Familienspaß werden Und wenn eben jeder nur jeweils einmal eine Benji baut Dann hat er auch kein langweiliges Gefühl dabei Ebenfalls wie gesagt wir haben hier Topsteine Wir haben schöne exklusive Moles für die Avatar Serie Und das ist wirklich wirklich gut Aber solche Fehler wie die grauen Teile die hier nichts drin zu suchen haben Stören dann am Ende wieder Für die 30, 35 Euro die wir am Ende als Endkunde in den Läden bezahlen Ist es aber ein super Set Und dementsprechend gibt es auch eine Kaufempfehlung davon Aber viel schöner wäre es natürlich Wenn Lego es ebenfalls realistisch einpreisen würde Wenn Lego sagen würde ich möchte gerne 35 oder 40 Euro dafür haben in der UVP Dann kann es ein Spielwarenhändler für 35 Euro verkaufen Und hat am Ende noch Gewinn gemacht Nicht so wie hier wo wir zwar mit knapp 30 Euro einen realistischen Preis bezahlen Aber der Händler am Ende davon nichts mehr hat Beziehungsweise sogar an diesen Sets hier rote Zahlen schreibt An der Stelle verstehe ich die Preispolitik von Lego nicht unbedingt Und über sowas muss man auch reden Trotzdem ist es wie gesagt kein Lego Bashing Wie manche Kanäle die behauptet haben Die Benjis haben ja keine Beine Das wurde weggespart Das ist halt Quatsch Weil die Benjis haben auch im Avatar Film keine Beine Ich möchte hier fair mit den Herstellern sein Und muss deshalb auch wenn einige diese Preisfrage nervt Darüber reden Weil sie ist eben immer wieder existent Und trotzdem ist es wie gesagt aus der Klemmbausteins Sicht Und aus der Sicht eines Sets Ein Set das ich auf jeden Fall empfehlen kann Wenn ihr dieses Set selber besitzt Dann schreibt doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare Das würde mich wie immer sehr interessieren Und wenn euch dieses Video gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben Und einen Abo Daumen in Zukunft nichts mehr zu verpassen Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Haut rein Euer Valleybrick Ich wünsche euch hier